Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück im The Last Campfire. Neue Bereiche, neues Glück, ne? Wer sind hier? Angst dann da. Wir sprechen erstmal mit den Leuten hier. Hi. Guten Tag, wer bist du denn? Du weißt, wo wir sind. Ja, nee, nicht so wirklich. Ich bin immer wieder in einem Marsch gegangen. Oh. Okay. Okay. Und wer seid ihr? Zwei Reiselehrer, wir sprechen ruhig. Oh, okay. Ja, das sind Bewahrer, ne? Okay. Das sind Bewahrer. Ah. Okay. Okay. Die sind komisch. Wer seid ihr denn? The guard schocked. Another scrawny Ember from the forest. Hmm. And with a bag looking all nicely and shiny. Hmm. Both guards started looking at Ember with a deathly stare. Hmm. The guard leered. The forest king would like you, little scruff. Hmm. Come a little closer. Let us see what's in that bag. Ah, nee. Ne, bist du. We got the door to the forest king. Hmm. Aha. Oh, yes. We decide who gets to see the king. Ach, den möchte ich gar nicht sehen. Ah, der Waldkönig. Ja, können wir mal fragen, wer das ist. The forest king will want to see you. Nö, habe ich ihn nicht. Come this way. Nö. Nein, ich möchte gar nicht den Waldkönig sehen. Ganz ehrlich, interessiert... Oh, schon rennt er rein. Ich hätte mich hier gerne noch mal ein bisschen umgesehen. Aber okay, wir kommen bestimmt zurück, ne? Wir kommen hoffentlich zurück. Der Waldthron. Komm ich zurück? A feeling of foreboding overcame Ember. Ja. Das sieht hier alles sehr düster aus. Ih, ähm, was ist das denn? Ach, okay. Hallo. Oh, na? Hm. Ist das so? Hm. Tu mir nichts. Hm. Birds won't hurt you. Okay. Birds will take another under our wing. Äh, äh, okay. Stay safe in the nest. You'll never turn for lawn. Äh, ja. Aber dann wirst du auch nie etwas Neues entdecken. Ember was still afraid. Ja. Ich habe Angst. Is it the night that scares you, little one? Hm. Nein, eigentlich nicht so. Eigentlich bist es mehr du. Oh. Oh. Oh, wie schön. Wow. See? Night is gone. Day is here. Oh, wow. Birds will make the world less frightening. Okay. Dann will ich das mal glauben. It wasn't only the night that frightened Ember. Mhm. Okay. Ich möchte weitermachen. Ich möchte anderen helfen. The bird was disappointed. Stay. No need to help, silly for lawn. Doch. Aber ganz sicher. Hope is false. Hope hurts little ones in the end. Was? Nein. Das stimmt nicht. Hoffnung ist alles. The forest king spoke so gently to Ember. Perhaps they could rest here for a while. Nein. It was hard to know what else to say. Es gibt auch nichts weiter zu sagen. Ich werde bleiben. Aber nur um zu tun. Nur um hier rauszukommen und dem nachzugehen, was ich tun möchte. Clever little Ember. Hm. You will stay. You will not turn for lawn. Das werden wir noch sehen. Immer. Immer. Jederzeit. Now take this feather. Mhm. Rote Feder. Okay, wofür ist die gut? Feather means Ember is one of us now. Äh. Du wirst sehr enttäuscht von mir sein. Birds keep little ones safe. Mhm. Birds should never leave the nest. Äh. Was? Was ist das hier für eine komische... Das ist so ein kulturelles Ding, ne? Äh. Okay. Die Kreuzung. Wir sind wieder zurück. Na gut. Sind wir jetzt gemissermaßen frei. Na ja. Fürs Erste. Nein. 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 Vielen Dank. Oh, hier ist es, sind weg. The travelers had disappeared. The campfire remained. The ashes were still warm. Was ist wohl mit denen geschehen? Was? Was ist mit denen wohl geschehen? Ihr habt doch nicht irgendwie Sachen mit denen gemacht? Okay. So. Hier unten ging es zu dem... Zu dem Aufzug. Gehen wir es mal an. Oh. Da ist noch jemand. Wer bist du denn? Hallo. The guards walked. Stand back. Don't come any closer. Hm. Buh. Da ist doch jemand drin. Warte mal. Habt ihr das gesehen? Da unten waren Augen im Bauch. Da. Ja. Okay. Geh den Forrest-Kang. Er wird dich direkt. Was? Nein. Fehler zeigen. Okay. Ist das... Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Ja. Du hast deine erste Feather, ich sehe. Best prove yourself, Scruff. Guck mal. Da unten im Bauch. Da ist über der rechten Schwinge... Nee, das ist die linke Schwinge. Da ist doch ein Guckloch. Stand watch here. Ich versuche, du wirst niemanden passen lassen. Aha. Oh, okay. Und der haut ab. Das ist ein Kostüm. Nicht mehr. Okay, gehen wir da als erstes hin? Ja, wieso eigentlich nicht? Irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Gut. Also. Das stimmt, ja. Das ist so. Auch wenn man kein Fan von dem... von Fortschritt ist. Tja. Die Welt um einen herum verändert sich ja auch. Also. Das ist der halte B gedrückt, um zu sprinten. Ja, ja, ja. Hier scheint er größer aufgereicht zu sein. Kann er sein? Ach, hier, guck mal. Hidden away was a scrap of journal. Hm. There were memories here. Bound in rock. I hear their voices echo in the ancient stone. I find footprints by the cinders. A makeshift camp. Hm. Es ist seine Geschichte, oder also die Geschichte des Ostmoor. Oh, guck mal da hinten. Oh, wie cool. Es ist die Geschichte von Ember, die ich hier erzählt habe. Weg von den Vögeln. Mist hung close to Ember, hiding them. The forest king seemed frightened. The birds cruel. Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Ja. Ahead there would be others to help. And maybe a way to move on. Ja. Das denke ich auch. Oh. Okay. Was sind das hier alles für... Oh. Ach, wie schön. Oh. Oh, da war eine Dibelle drin. Ihr mag das bestimmt nicht, ne? Hi. Okay. Sie greift mich aber nicht an. Das ist gut. So. Hi. Wer bist du denn? Deine drei Gefährten? Ja. Was denn? Was ist passiert? Erzähl mir, was passiert ist. Was ist denn los? Es ist dasselbe, ne? Hm, schade. Okay, es ist deine Schuld. Was genau ist denn deine Schuld? Oder warum glaubst du? Schuld zu haben. Da ist dieser Mist, von dem die Rede war, ne? Komm mit herein. Äh, wird das komisch. Hm. Okay. Ich höre die Vögel. Da oben war wieder... Da, hi. Hi. Ah, die Sache mit dem Labyrinth, ne? Ja. Always here. Der Sumpf. Okay. Ähm, kann hier etwas... Nein. Okay, da kann ich nichts dran machen. Diese Dreiecke hier scheinen auch nicht für irgendwas gut zu sein. Die Karte. Aha. Okay. Die Karte. Da komme ich bestimmt dran, ne? Aber... Kann ich das verschieben? Kann ich? Bringt mir aber im Moment nichts, ne? Ne. Wie komme ich denn hier wieder raus? So komme ich da wieder raus. Okay. Das heißt, wir haben im Moment nur einen Ort, den wir erkunden können, richtig? Ah. Und das ist auch gut. Ich habe noch einen Schrapp von Journalen gefunden. Hm. Hihi. Ich habe sie gehört, dass sie kommen. Der Schrapp von einer Twig, ein Flutter von Bärchen. Eine Figur, die durch die Unterwärmung. Eine andere wie ich? Hm. Ja. Haben wir schon häufiger gesehen, ne? Also, warte mal. Wenn das hier der Ausgangspunkt ist, das scheint ja so zu sein, ne? Guck mal da unten, das Bild. Das ist ja dieser Torbogen. Das heißt, wir kommen jetzt nach rechts. Nee, wir kommen. Oh. Okay. Okay. Ich würde gerne zurückkehren, aber ich kann nicht zurückkehren. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich muss einfach jetzt da drauf drücken. Hm. Okay. Also, hier müssen wir noch irgendwas machen. Hm. Angenommen. Ich würde es mal gerne ausprobieren. Angenommen. Ich schiebe... Ich schiebe den da hin. So. Das ist schon klar. Ich schiebe den da hin. Ja. Okay. Das geht trotzdem. Und dann dann nicht wieder hier. Es war das gleiche Ort als vorher. Mhm. Aber wie? Ja, ist schon klar. Ja, ist schon klar. Okay, wir müssen erst die anderen Teile finden, ne? Ich weiß zwar nicht genau, wo, aber offensichtlich... Also nicht hier. So, Punkt. Okay, dann stelle ich den mal zu alt. Hier ist er... Das ist verrückt. Okay, lass mich mal nochmal umsehen. Was ist denn hier noch? Guck mal da. Was ist das? Ach. Ja. Mein Boot. Unten haben wir kein Boot bekommen. Ob wir das hier noch zusammentragen müssen? Hm. So, jetzt sind wir wieder hier. Wenn ich... Ah, was? Wo will der denn hin? Hi, warte. Äh, okay. Wenn ich jetzt hier runtergehe, müsste ich dann nicht wieder die Karte, genau, zur Karte kommen. Okay, alles klar. So, das setzen wir mal da dran. Cool. Okay, so. Wie gehen wir voran? Hm. Hm. Der, der bringt nur eine waagerechte Verbindung. Okay. Wie war denn das? Hm. Ja. Und hier ist ein Tor. Wer hätte es gedacht? So. Es sieht hier auch sehr ähnlich aus. Ja. Halt. Wo geht es hier unten hin? Da geht es... Doch, hier geht es hin. Äh. Okay, aber da oben komme ich noch nicht ran. Noch nicht. Da würde ich aber gerne rankommen, weil da ist ein Tag... Eine Tagbruchs, Alter. Hier komme ich nicht rum, ne? Okay. Irgendwas wird es hier schon geben. Ja? Na? Da ist jetzt natürlich nichts. Nach unten ist logisch. Und dann nach links, ne? Uh. Okay. Ah. Ja. Da komme ich nicht dran. Okay, alles klar. Den ziehe ich hier raus. So. Dann komme ich hier durch. Und kann mir das nächste Stück holen. Cool. Hm. Aber. Warte mal. Ist das so gut? Kann ich das mal kurz hier stehen lassen? Ich würde nämlich gerne mal gucken... Komme ich von hier aus irgendein alles? Guck mal. Die da sehen aus wie Figuren, ne? Hm. Ne, aber hier geht es nicht weiter. Ne. Hm. Okay. Und ich kann dieses Rolldings auch nirgendwo hinrollen. Sodass ich das irgendwo mitnehmen könnte oder so. So. Hier unten war... Genau das. Ja. Richtig. Da kommen wir noch irgendwie hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber... Ja. So. Du kommst da dran. Ähm. Wie machen wir es? Mit dem hier könnte ich jetzt da hinkommen. Das heißt also, wir gehen nach links raus. Genau. Jetzt geht es hier gerade aus. Da ist auch noch eins. Okay. Wow. Die muss ich noch irgendwie anders zusammensetzen, ne? Das färgliche Ende? Die Mist hat ein secretes Ort herausgebekommen. War es auf der Grunde gebrochen? Offenkundig. Was sind wir denn da oben? Ach, guck mal. Dich kann ich gut gebrauchen, aber... Offensichtlich muss ich dich mit dem Aufzug bespaßen, ne? Oh, da ist jemand. Warte mal, lass uns da erstmal Tag sagen. Hi. Es ist nie zu spät. Ah, es ist nie zu spät. Okay, da kommen wir runter. Sehr gut. Aber ich würde gerne gucken, was das hier macht. Okay, das... Okay, das... Äh, 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 äh. Okay. Gut. Reicht. So. Du kommst da hin. Wunderbar. Und jetzt sollte ich das doch da unten hinbringen können, ne? Na, gut. Komme ich da oben dann auch hin? Schade nicht. Und da hinten auch nicht. Okay. Gut. So. Jetzt müsste ich das Teil doch da unten hinbringen können. Ja, sehr gut. Aha. Okay. Ist hier noch was? Hm, ne. Na denn, mal rein da. Hm, Melodiehöhle. Okay. Ne. Was? Okay. Hi, wer bist du denn? Oh, noch eine Feder. Hm, weiß ich nicht. Kann ich die rote Feder mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Ja, ja. Ich komme nicht mehr raus. Cool. Okay. So. Hier oben. Guck mal, so eine Tröte haben wir doch schon gesehen. Warte, bevor ich die grapstelle, ist hier hinten noch was dahinter? Nein, ist es... Nicht. Okay. Mal gucken, was die bewirkt. Da ist ein Laternenhorn. Heilige Instrument der Macht, um die Welt zu bewegen. Was? Okay. Wow. Ah. Ah. Oh, okay. Oh, okay. Hm. Okay. Ah ja, krass. Toll. Okay, super. Das ist aber Tutorial, ne? Nehme ich an. Okay, wie kann ich es aktivieren? Drücke Y, um die Laterne zu benutzen. Okay. Ah, so vor... Ach, wie cool. Okay. Moment, so. Und jetzt? Ach, und da kann ich darauf fahren. Wie cool. Ja, schön. Kann ich mir deine rote Feder borgen? Nein. Ja. Der Skeleton hat sich in der Hand gehalten. Es war eine rote Feder. So, mit Y dann wieder, ne? Halt. So. Okay. Nochmal. Und so komme ich jetzt hier wieder raus. Gut. Der Weg ist auch vorgegeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich komplizierter wird. Nun ja. Das feierliche Ende. Weiß ich jetzt nicht so, ob das wirklich ein feierliches Ende ist. Aber nun. So. Und hier heißt das dann nämlich... Nämlich... Ja. Sieh mal an. Aber da oben sehe ich noch ein Dingelchen. Da. Der Text hat aber jetzt nichts mit der Übersetzung zu tun, ne? Okay. Ha. Na gut. Geht's hier auch weiter? Ja. Ähm. Ja. Na gut. Okay. Da sind wir rangekommen. Das ist gut. Die Karte. Hm. Ist die Frage... Das ist ein letzter Platz, um auf der Karte zu erreichen. Ja. Allerdings. Ich sehe... Nicht so wirklich eine Möglichkeit, da hinzukommen. Aber ich würde es ohnehin noch mal gerne hier probieren. Denn, äh... Genau. Wir... Achso, nee. Den können wir jetzt nicht bewegen, ne? Nee. Oder kann ich den bewegen? Ich kann den bewegen. Wow. Cool. Nichtsdestotrotz. Wir gucken erstmal hier drüben. Weil ich hätte gerne gewusst... Ach du liebe Zeit. Das ganze Ding lässt sich bewegen. Ach du liebe Zeit. Okay. Hier können wir nichts machen. Hm. Dieses ganze Ding lässt sich bewegen, ne? Ja. Nein. Oh. Oh, doch. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, ich finde es immer besser. Oh, wie krass. Okay. Lass uns mal hier reingehen. Wow. Äh. Äh. Okay. Gut. Schon okay. Dann probieren wir es erstmal mit dem hier, ne? Mal gucken, was sonst das hier auf dem Bad. Na? Ne? Okay. Schon gut. So. Haben sich denn bei der Karte... Die Dinge haben sich nicht verändert. Okay. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht nötig, ne? Wenn ich, sagen wir mal, den hier da hinnehme... Und... Ähm... Den dorthin... Und den dann dahin... Vielleicht geht das ja schon. Äh. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, wahrscheinlich nicht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah, ja. Okay. Jetzt sind wir hier. Aha. Hm. Hm. So, das hier können wir freischalten. Das ist gut. Okay. Aber bringt uns das jetzt auch weiter? Ähm... Wir müssen nach rechts rüber, ne? So. Lass mal gucken. Ja. Ich meine, wir müssen nach rechts rüber. Und dann nach oben. Okay. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht gut. Ne, hier sind wir bereits gewesen. Ne, hier waren wir doch schon, ne? Ne, waren wir nicht. Wir sind genau richtig. Ach, cool. Na, ja. Na, ja. Hi. Ah, ja. Da kommen wir irgendwann lang. Okay. Hier wird wieder getrötet. Uh. Was hat das denn zu betreuen? Warte mal. Was kann ich mit der machen? Oh. Wow. Ich kann die Leiter bewegen. Ach, wie krass. Okay. Wie cool ist das denn? So. Na? Hier auf diese Seite. Okay. Wow. Hier ist aber erstmal nochmal... Was ist hier? The way through was ruined. Hm. Muffled by the fog, Amber was sure they heard a rumble. Could that have been a tremendous snow? Äh. Okay. Das hört sich nicht witzig an. Gut. Aber wir kommen jetzt hier hoch. Wow. So. Was ist das hier? Da können wir da runterrutschen, ne? Hehehehe. Amber didn't mind getting muddy. The slide was such fun. Oh. Ja. Okay. Ja. Na gut. So. Hier. Damit können wir uns den Rückweg sichern, ne? Zack. Okay. Was ist denn hier vorne? Da ist ja ein Schwein. Okay. Okay. Ja. Happy ever after. Was für eine schöne Welt, ne? Oh, wer ist das denn? Hallo. Komm ich eigentlich ran? Ne. Komm ich nicht. Hi. Äh. Hm. Au. Nein, 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 nein. Schnell weg. Okay. Mal gucken, was es noch zu entdecken gibt. Hier. Oh, warte mal. Lass mich die erst mal pflücken. So. Eeeh. The fruit was giving off a sickly sweet smell. Bleh. Okay. Ich sollte besser weggehen. Und? The plant looked, and it was in embers way. Hm. Okay. Irgendwas scheint ich damit machen zu können, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, was. So. Hm. Kann ich denn etwas tun, wenn die... Solange die... The plant looked, and it was in embers way. Hm. Hm. Nee. Ich bin nicht ganz sicher, was ich damit tun soll. Hm. Tja. Ich kann auch nur diese eine greifen, ne? Hm. Was könnte ich sonst noch damit machen? Ich könnte dem Schwein es geben. Oh. Jetzt komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Es ist nicht das, was ich denke, oder? Sonst wäre das echt fies. Okay. So. Okay. Die beiden kämpfen da um. Ember chuckled. The dangerous plant was no match for a hungry piggy. Ist das verkloppt. Dankeschön, Schweinchen. Ich komm mal ab. Ist das verkloppt. Ja. Der Sumpf. Aha. Ja, wir sind immer noch an dem Sumpf. Oh, da oben war wieder jemand. Deutschland. Okay. Vier Boxen. Oder ich habe vier Boxen gefunden. Je nachdem. Oh, ich komm mich gar nicht lang. Halt. Nein, 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 nein. Geh mal. Äh, äh, äh. Hier komm ich da auch entlang. Glaube ich. Aber nein. Das ist der Rückweg, ne? Okay. Was kann ich hier tun? So. Dich kann ich bespaßen. Oh. So. So. Cool. Ja. So, ne? Oder? Muss ich hier auch noch drauf? Nein. Okay. Wer oder was ist denn diese Gestalt? Hm. Ein komischer Geruch? Was meinst du? Bleh. Oh je. Oh. Okay. Okay, klar. Irgendwas mit dem können wir machen. Okay, was kann ich hier unten noch entdecken? Da ist eine von den Kisten. Amber found a secret note from the wanderer. Hm. Something beckons. This place is not home. I trace the map in my head. Recite the old myths. I have to move on. Hm. Okay. Noch drei Kisten. Ja. So, lass mich raten. Halt, warte mal. Ich gehe mal erstmal. Komme ich an die schon ran? Ich komme noch nicht an die ran. Jetzt komme ich aber an sie. Ne, warte, warte, warte. Das ist gar nicht wahr. So, jetzt kommt... Gar nicht so einfach. Okay, jetzt müsste ich an sie rankommen. Amber found a lost message. Hm. The smell of hot broth and hearty stew wafts across the swamp. By the cook's pot I meet another. They are on their own path, but we promised to meet again. Hm. Okay. So, hier haben wir eine Frucht. Guck mal, da oben. Da ist doch sie, äh, oder es. Aber ich komme da nicht wirklich, also zumindest noch nicht hoch, ne? Oder kann ich hier auch was rum, Y? Ne, kann ich nicht. Okay, also, ich nehme an, dass... Oh, da oben muss ich auch noch hoch. Ich nehme an, dass der Fernseher hier hin muss. Oh, dann kann ich da gar nicht anstellen. Nein. Na toll. Oh, warte, halt, nein, nein. Oh, okay. Das war nicht gut, ne? Bleh. Surprising. A little sparky. But tingly and belly. Mhm. But what I want is... Something more fruity. Okay, ja, schon gut. Yeah, yeah, ja, schon gut. But eat anything. Amber just needed to find more. Hm. Okay. So, etwas mehr Fruchtiges. And with each thing it ate, the light grew even brighter. Oh, oh. Bringt es zum Platzen? Fruity, fresh. But tastes a lot like mud. Hm. But what I want is... Something with more crunch. Mit etwas knusprigeres. Perhaps if Amber could satisfy the pig, they might be more helpful. Hm. Was kann das denn wohl sein? Die Frucht ist es nicht. Okay, ich denke, wir müssen da oben nachsehen, ne? Äh. Warte, so. Hier. Okay. Na, Reihvögelchen. Okay. Da kommen wir nicht entlang. Hier ist... Kann ich da was rumwübseln? Nein. Ne. So, hi. Da können wir was machen. Was macht das? Da komme ich gar nicht... Da komme ich gar nicht dran. Okay. So, hier unten. Da geht es auch noch... Ach, du liebe Zeit. Okay. Boah. Oh, meine Güte. Und ich möchte zu bedenken geben, dass das erst der eine Teil ist von dem... Von dem... Ähm... Von dem Vogelnest. Oh, hier. Wir sind ja bis jetzt nur den einen Weg gegangen, ne? So, was knusprig ist. Das ist das letzte, was Amber could find to offer. Da. Crunchy. Embery. Not much meat. Bit too boni. Mm. But what I want is... The pig's stomach made an almighty sound. Oh, oh. Ich meine ich voll zusammen. Oh. Oh, oh. Nicht pupsen. Und nicht platzen. Äh. Das sieht aus wie eine Karte. Uh. Ember chuckled with relief at the large creature they had been so afraid of. Aha. Okay. Cool. Und jetzt können wir hier drüber wandern. Iiii. Wir können tatsächlich hier drüber wandern. Iiii. Okay, Leute. Aber darum kümmern wir uns erst beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis gleich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020